so ich zeige euch jetzt mal wie wir hier wohnen guck mal das ist das zimmer einfach nur ganz einfach gar nichts eigentlich ein bett ein moskito netz da hinten was schrank ähnliches ein spiegel icke in fett da badezimmer mit einem waschbecken dusche alles in so ein bisschen besseren bambushütte ist es schon toilette nicht nur ein loch ja und so starten wir den tag halt dass hier ist ein ventilator das ist ganz praktisch und so geht es dann halt raus und das ist halt das was es hier so ausmacht da ist unser strand wir sind hier der erste bungalow in der reihe da ist unsere bar wo wir immer hingehen zum babu ja und das ist halt unser strand ich gehe mal jetzt nach unten ein stückchen ich hoffe man sieht überhaupt was weil ich sehe fast nur geblendet da liegt der jerome da gehen wir mal hin und überraschen gehen ja das ist halt hier unser bottle beach da liegt der man so an sich hallo ja und da ist wieder unser bungalow das könnt ihr das auch mal sehen endlich